Wie bereits in meinem vorherigen Video über die derzeitige Covid-19-Lage in Thailand angekündigt, werde ich euch in diesem Video einige Covid-19-Erfahrungsberichte aus erster Hand von Leuten, die ich hier kenne, erzählen, um die Situation in Thailand noch etwas besser zu verdeutlichen und auch darzustellen, wie das hier gehandelt wird. Hallo miteinander, wie geht's euch? Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, ich bin der Georg Tsai-Thai und ihr seid auf MyThai24. Einige fragen sich bestimmt, warum jetzt schon wieder ein Video über Covid. Eigentlich möchte ich auch gerne Videos über andere interessante Themen machen. Ich habe ja auch Dutzende von Videos über Thailand in der Planung, in der Pipeline und werde diese bald nach und nach auch veröffentlichen. Aber zum einen habe ich dieses Video mit diesem Covid-19-Erfahrungsberichten bereits letzte Woche angekündigt und wollte diese eigentlich auch schon in das letzte Video mit reinmachen. Aber das wäre dann irgendwie alles viel zu lang geworden, habe ich mich dazu entschieden, da ein extra Video draus zu machen. Und zum anderen ist im Moment auch klar, dass die Themen, die den meisten der Zeit unter den Nägeln trennen bezüglich Thailand, zum einen die aktuelle Covid-Lage hier ist und wie man in Thailand wieder einreisen kann und ob es sich überhaupt gerade lohnt, hierher zu kommen. Viele anderen Themen sind dadurch zur Zeit für viele eher zweitrangig wichtig. In der Beschreibung von diesem Video lasse ich einen Link zu diesem Video über die derzeitige Covid-19-Situation in Thailand, das ich letzte Woche hochgeladen habe. So, also zu den Covid-19-Erfahrungsberichten aus erster Hand von Leuten, die ich hier in Thailand kenne. Anfangen werde ich jetzt mit einer etwas ausführlicheren Geschichte von einer Familie, die meine Familie sehr gut kennt und die auch im selben Bezirk von Bangkok lebt wie wir. Nach dieser Geschichte werde ich dann noch einige zusammengefasste, informative Erfahrungsberichte mit euch teilen. Okay, legen wir los mit der ersten Geschichte. Wie gesagt, es handelt sich um eine Familie, die wir sehr gut kennen. Die Familie besteht aus den Eltern, sind weiter Mitte 40 und ihren 20-jährigen Zwillingstöchtern. Ich werde keine Namen veröffentlichen zum Schutz der Privatsphäre. Eine von den Zwillingsschwestern hat bis zu ihrer Covid-19-Infektion in einem großen Kaufhauszentrum im Großraum Bangkok Teilzeit gearbeitet und hatte dabei viel Kundenkontakt, aber natürlich hatte sie dabei eine Maske an. Ich werde sie ab jetzt Zwillings-Tochter ahnen. Sie war schon längere Zeit vollständig gegen Covid-19 geimpft, mit Sinovacs, die bisher immer noch die häufigst angewendete Impfung in Thailand ist, siehe auch mein letztes Video. An einem Tag Anfang Juli wurde sie plötzlich krank. Sie bekam Hochfieber, war schwach, hatte Kopfweh, Halsweh und circa drei Tage später kam dann auch noch ein Husten dazu und danach hat sich der für Covid-19 küppische Geschmacks- und Geruchsverlust entwickelt. Am Anfang dachten die Mutter und ihre Zwillingsschwester aber nicht an Covid, weil sie ja vollständig geimpft war und waren deshalb nicht so vorsichtig, aber der zuckerkranke Vater war vorsichtiger und hielt Abstand so gut wie möglich. Als die Symptome aber nicht abklangen und sie dann auch noch, wie gesagt, diesen Geschmacks- und Geruchsverlust entwickelt hatte, entschieden sie sich dann doch einen PCR-Test, also Covid-19-PCR-Test zu machen und zwar bei einem mobilen Testservice, der zu der Zeit bei der Firma des Vaters war. Sie wurde positiv getestet. Nach dem Test kontaktierten sie eine der gängigen Covid-19-Hotlines hier, nämlich 1330, um auf eine Warteliste für eine Quarantäne und Behandlung aufgenommen zu werden. Ungefähr fünf Tage nach der Zwillingstochter A entwickelte die Mutter, die schon eine Dosis AstraZeneca geimpft bekommen hat, fast dieselben Symptome wie ihre Tochter und zudem war der Husten noch stärker und sie hatte viel Schleim in den Atemwegen. Einige Tage später wurde dann auch die ungeimpfte Zwillingstochter krank mit den gleichen Symptomen. Von jetzt an nenne ich sie Zwillingstochter B. Die Mutter wurde am schwersten krank und entwickelte dann auch Atembeschwerden und hatte ein Druckgefühl auf der Brust. Sie wollte sich auch testen lassen für Covid-19, aber die Möglichkeit, sich bei dem mobilen Testservice bei der Firma ihres Mannes zu testen, gab es dann nicht mehr. Deshalb wurde es schwieriger, an einen Test ranzukommen. Da sie eine Arbeit mit Sozialversicherung hat, musste sie sich um einen Covid-19-Test über das Krankenhaus, bei dem sie bei der Sozialversicherung registriert ist, kümmern. Zur Info, in Thailand gibt es eine Sozialversicherung für Angestellte. Die nennt man Bagan Sankong. Wenn man diese Sozialversicherung hat, darf man sich ein Krankenhaus aus einer Liste von Krankenhäusern, die bei der Sozialversicherung mitmachen, aussuchen. Das sind viele staatliche Krankenhäuser, aber auch einige private Krankenhäuser. Bei dem Krankenhaus, das man sich ausgesucht hat, wird man dann für die Sozialversicherung registriert. Nur dort kann man dann kostenlose Behandlung bekommen, im Falle von Krankheit oder Verletzungen. Und wie gesagt, wenn man diese Sozialversicherung hat, soll man in diesem Krankenhaus, wo man registriert ist, sich für Covid-19 testen lassen, falls man Symptome hat. Der Test dort ist auch kostenlos. Bei dem Krankenhaus, wo sie registriert war, war extrem viel los. Und es war deshalb schwierig, schnell einen Test zu bekommen. Man musste dort auch ein bestimmtes Prozedere einhalten. In den frühen Morgenstunden wurden dort erst einmal Warteschlangentickets für den Test am frühen Nachmittag ausgehändigt. Ihr Mann brachte sie dorthin auf der Ladefläche seines Pickup-Trucks, da er auch wirklich besorgt war, dass er sich anstecken würde und aufgrund seiner Zuckerkrankheit kritisch an Covid erkranken könnte. Zum Glück war das Wetter, wie meist in Bangkok, warm und es regnete auch trotz Regenzeit nicht. Von daher war es kein großes Problem. Sie kamen am Krankenhaus morgens um ca. 5 Uhr an und entsprechend ihrer Abschätzungen warteten dort schon über 200 Leute, um ein Warteschlangenticket für den Covid-Test zu ergattern. Als die Warteschlangentickets dann ausgehändigt wurden, haben die Leute sich fast darum geschlagen. Viele Leute waren wirklich verzweifelt. Die Leute haben sich teilweise geschuckt und gestoßen, als ob es um Leben und Tod ging. Bei dem Ganzen drunter und drüber fielen Leute auch zu Boden und es gab auch Leute, die aufgrund ihrer stärkeren Symptome schwach waren und in Ohnmacht fielen. Das Ganze hat sich in der ersten oder zweiten Juliwoche ereignet, ist also schon über einen Monat her. Seither haben sich die Fallzahlen enorm erhöht, weshalb das Problem mit Sicherheit jetzt noch wesentlich schlimmer ist. Nachdem die Mutter glücklicherweise an diesem Morgen ein Warteschlangenticket ergattern konnte, ging sie wieder heim, um dann am Nachmittag, am frühen Nachmittag wiederzukommen und den Covid-19-Test zu machen. Überraschenderweise war das Testergebnis, das sie am folgenden Tag bekam, negativ, wo sie in weiten Zügen dieselben Symptome wie ihre positiv getestete Zwillingstochter A hatte. Dann warteten sie erst einmal auf das Testergebnis der Zwillingstochter B, die an einem anderen Krankenhaus, wo sie ihre Sozialversicherung registriert hatte, getestet wurde. Dort war der Andrang weniger groß und es schien auch besser und weniger chaotisch organisiert gewesen zu sein. Die Zwillingstochter B, das Testergebnis war dann auch positiv, also die beiden Zwillingstöchter hatten beide ein positives Testergebnis, aber die Mutter ein negatives. Jetzt war ziemlich klar, dass das Testergebnis der Mutter falsch sein musste. Ihre beiden Töchter waren bereits auf einer Warteliste für einen Krankenhausplatz, aber sie selber nicht, weil sie negativ getestet wurde. Da ihre Symptome schlimmer wurden, bemühte sie sich um einen nochmaligen Test, was nicht sofort möglich war, weshalb auch noch wertvolle Zeit verloren ging, was sehr besorgniserregend war, denn sie hatte immer öfters auch Atemprobleme. Letztendlich konnte sie aber zum zweiten Mal getestet werden und dieses Mal fiel der Test positiv aus, womit sie dann auch auf eine Warteliste für einen Krankenhausplatz kam. Übrigens, da die Symptome der Mutter ziemlich stark waren und durch die Atemprobleme auch angsteinflößend waren, versuchten sie auch, ein Krankenhausbett über einen Prost in sozialen Medien zu bekommen, wie es viele andere Menschen auch machen und wie ich bereits in einigen meiner Videos erwähnt habe. Sie taten dies in der Hoffnung, so schneller einen Platz zu bekommen, denn es war komplett unklar, wann sie über die Warteliste einen bekommen würden. Sie waren wirklich besorgt, dass dies vielleicht zu spät kommen würde. Nachdem die Mutter positiv getestet wurde, hatte sie aber noch die Chance, ein Röntgenbild zu machen und man stellte fest, dass bisher die Infektion noch nicht in die Lunge runterging, aber aufgrund der starken Symptome verschrieb ihr der Arzt antivirale Medikamente, die sie schon einmal zu Hause anfangen nehmen sollte, solange sie wartet, bis sie abgeholt wird und ins Krankenhaus gebracht wird. Übrigens hat der Vater sich in seinem Minibus isoliert, während der ganzen Zeit, als seine Zwillingszöchter und Frau zu Hause in ihrem Townhouse in Quarantäne waren. Er tat das nicht nur, um sich zu schützen, aber auch, um andere vor sich zu schützen, denn er hatte ja Kontakt mit allen dreien und es bestand auch ein Risiko, dass er sich dabei infiziert hat. Zum Glück hatte er letztendlich sich dann nicht mit Covid infiziert. Die Nachbarn der Familie waren auch sehr besorgt, dass sie sich anstecken könnten. Sie bauten noch eine zusätzliche versiegelte Wand neben der Mauer, die so oder so zwischen den Grundstücken war, auf. Niemand der Nachbarn half der Familie, was natürlich weniger schön war. Letztendlich musste der Vater, obwohl er isoliert war, sich darum kümmern und wir halfen natürlich auch so viel wie konnten und kauften regelmäßig gesundes Essen bei unserem Stammrestaurant zum Beispiel ein und auch andere Dinge, die sie brauchten. Die erste, die einen Quarantäne- und Behandlungsplatz bekam, war die Zwillingstochter B, wo sie wesentlich später als ihre Schwester und auch ihre Mutter krank wurde. Sie wurde in einem sogenannten Hospitel mit T-E-L geschrieben, am Ende aufgenommen. Hospitel ist eine Wortkreation aus den Worten Hospital und Hotel. Das ist also ein Hotel, das speziell für die Quarantäne für Covid-19-positive präpariert wurde, inklusiver medizinischer Aufsicht. Ein Arzt rief da regelmäßig an und hat die Kranken mit überwacht und jeden Tag kam mindestens einmal eine Krankenschwester vorbei. Die Zwillingstochter B musste ihr Zimmer nur mit einer anderen Frau teilen. Zwillingstochter A bekam ihr Krankenhausbet einiges später, mehr als zwei Wochen nachdem sie krank wurde, aber die Mutter hatte dann immer noch kein Bett. Jedoch konnten sie mit den Verantwortlichen für die Zuteilung der Krankenhausbetten einen Art Deal machen. Und sie erlaubten, dass die Mutter ihre Tochter begleiten dürfte in das ihr zugewiesene Feldkrankenhaus. In diesem Krankenhaus waren dann beide weiter unter Quarantäne und Behandlung. Die Mutter hat uns auch etwas über die Zustände im Feldkrankenhaus erzählt, in dem sie zuerst waren. Offensichtlich waren dort natürlich sehr viele Leute, wie meist in solchen Feldkrankenhäusern. Die Lichter waren Tag und Nacht an und die Klimaanlage war volle Kanne aufgedreht und es war eisig kalt dort. Was sicher eher kontraproduktiv ist, wenn man eine Atemwegserkrankung wie Covid hat. Bekanntgaben von medizinischen Infos über Patienten wurden über ein Lautsprechersystem gemacht, womit jeder sie hören konnte. Bekanntgaben wie zum Beispiel, Herr X, Ihre Lungen sind stark von Covid-19 gefallen. Bitte kommen Sie und holen Sie Ihre Medizin am Schalter A ab. Die Toiletten waren sehr schmutzig und das Essen war nicht gut. Darüber hinaus gab es einige Leute, die auch schwer krank waren. Sie erzählte uns von einer älteren Dame, die in ihr Bett gemacht hatte, nur ein paar Betten entfernt von ihr. In diesem Feldkrankenhaus musste es sicher einen ziemlich starken Geruch gehabt haben. Viele Leute denken jetzt sicher, dass so ein Feldkrankenhaus sicher kein idealer Ort für die Genesung von Covid-19 ist. Vor allem nicht, wenn man starke Symptome hat. Glücklicherweise mussten die Mutter und Zwilligstochter A sich dort nur zwei Tage aufhalten. Dann hatten sie die Chance, auch in ein sogenanntes Hospital zu gehen, wie auch Zwilligstochter B. Nach zwei Wochen in Quarantäne und Behandlung durften sie alle wieder heim und mussten sich dann noch zu Hause für weitere zwei Wochen isolieren, um ganz sicher zu gehen, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Zusammengefasst kann man noch sagen, dass alle nach zwei bis drei Wochen Krankheit wieder okay sind, wieder einigermaßen auf dem Dampfer sind. Nur die Mutter hat noch vereinzelt Symptome, wie zum Beispiel Husten und Schleim in den Atemwegen. Eine wirkliche, noch unglaubliche Geschichte ist, dass Zwilligstochter A gefeuert wurde, nachdem der Arbeitgeber von ihr wusste, dass sie Covid hatte. Er sagte ihr sogar, dass er Schadensersatz von ihr willte, falls jemand anders in seinem Geschäft angesteckt worden ist. Dies besorgte die Familie noch mehr, während sie so oder so schon besorgt waren wegen ihrer Covid-19-Erkrankung. Schon einfach nur unfassbar. Wenn das Video für euch bisher informativ war, bitte Daumen hoch klicken. Vielen Dank! Jetzt noch einige kurz zusammengefasste Covid-19-Geschichten von Leuten, die wir hier kennen. Machen wir weiter mit einer jungen Familie, die wir in Samutbakan, was direkt an Bangkok angrennt ist, kennen. Zwei junge Eltern mit Kindern im Alter von 1 und 4 Jahren. Der Vater hatte sich bei der Arbeit wohl bei einem Fleischbällchen-Essensstand, wo er regelmäßig einkaufte, angesteckt. Die Verkäuferin dort hatte nämlich auch Covid-19 und sonst gab es niemanden bei ihm in der Arbeit, der irgendwie Covid hatte. Von dem war er sich ziemlich sicher, dass er sich weiter angesteckt hat. Er hatte auch die gängigen Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Husten und so weiter. Man musste zuerst zu Hause in Quarantäne, er isolierte sich im Vorgarten von ihrem Haus und übernachtete da in einem Zelt. Seine Frau hatte große Sorge, dass sie und vor allem auch die zwei kleinen Kinder sich anstecken würden. Diese Geschichte ist vor allem auch erwähnenswert, weil die Hilfsbereitschaft hier bei den Nachbarn unglaublich war. Verschiedene Nachbarn, die sie gerade mal so vom Sehen her kannten, brachten Essen, Getränke und sonstige Lebensmittel für alle vier vorbei. Auch für die Kinder, die haben echt an alles gedacht, auch die Babynahrung, Milchnahrung und Windeln. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte und zeigt, wie hilfsbereit manche Menschen sind, wenn eine junge Familie mit Schwierigkeiten durch Covid kommt. Und jetzt noch eine weitere Geschichte. Eine ehemalige Arbeitskollegin von meiner Lebensgefährtin, Mitte 30, hat sich an Covid-19 während der Arbeit als Versicherungskaufrau in einem Kaufhauszentrum in Bangkok angesteckt. Sie wurde auch sehr krank mit Fieber und allen sonstig gängigen Symptomen bei Covid. Und die Infektion ging dann bei ihr auch in die Lunge runter. Sie wurde in einem Hospitall und anderen mit antiviralen Medikamenten behandelt, wodurch es besser wurde und sie jetzt genesen ist. Ihr Freund hatte sich auch infiziert, wurde aber weniger stark krank, aber war auch zusammen in Quarantäne und Behandlung mit ihr in diesem Hospitall. Eine weitere Dame in ihren 30ern im Großraum Bangkok, die eine Verwandte von jemandem ist, den ich gut kenne, infizierte sich ebenfalls mit Covid. Und es ging ebenso in die Lunge runter, worauf sie auch antivirale Medikamente nehmen musste, wodurch bei ihr die Blutzuckerwerte hochgingen, wohl als Nebenwirkung von diesen antiviralen Medikamenten. Leider habe ich darüber jetzt keine weiteren Details, aber ich denke, dass sie letztendlich auch dann genesen ist. Ansonsten wären wir das bestimmt zu Ohren gekommen. Eine weitere frühere Arbeitskollegen von meiner Lebensgefährtin, eine Thai-Frau, Ende 30, mit deutschem Mann und ihrem 11 Monate alten Kind, infizierten sich ebenfalls mit Covid, obwohl sie eigentlich so gut wie immer zu Hause sind. Hier ist erwähnenswert, dass der Deutsche schon eine Dosis BioNTech bekommen hat. Bei beiden ging die Infektion in die Lunge runter, bei der Dame wohl mehr noch als bei dem Mann. Nein, ihre Tochter hatte vor allem Hochfieber. Alle drei brauchten in jedem Fall medizinische Hilfe und Behandlung, die sie nach erheblichen Schwierigkeiten dann in dem Privatkrankenhaus, wo ihre Tochter letztes Jahr geboren wurde, bekommen haben. Und wurden unter anderem mit antiviralen Medikamenten behandelt. Alle sind inzwischen wieder genesen, laut denen waren sie mit der Delta-Variante infiziert. Eine große Überraschung gab es am Schluss bei der Entlassung aus dem Krankenhaus. Als ihnen die Rechnung präsentiert wurde, 600.000 Thai-Watt. Also ca. 15.500 Euro für zwei Erwachsene und ein Kleinkind, Baby, für Quarantäne und Behandlung, bei der sie nicht einmal ein eigenes Zimmer hatten, sondern zusammen mit anderen waren. Und das für zwei Wochen. Sie waren überrascht, auch weil sie wohl annahmen, dass die Rechnung vom Staat bezahlt würde, wie es auch offiziell heißt. Offiziell sagt der Staat, dass er selbst in privaten Krankenhäusern die Covid-19-Rechnung begleicht. Es ist aber davon auszugehen, dass der Staat wohl mit den privaten Krankenhäusern niedrigere Preise aushandelt oder erwartet und wohl nicht alle Privatkrankenhäuser darauf eingehen, dass sie natürlich lieber ihre Originalpreise abrechnen. Was dieses Privatkrankenhaus in dem Fall von dieser Familie wohl auch gemacht hat. Die Covid-19-Versicherung, die die Dame wohl für sich hatte, wurde von dem Krankenhaus nicht akzeptiert. Hier ist wichtig zu wissen, dass letzten Monat, also im Juli, die Sunmun-Kong-Versicherung alle Covid-19-Versicherungsverträge mit ihren Versicherungsnehmern gekündigt hat. Mit der Begründung, dass diese jetzt aufgrund der enorm eskalierten Covid-19-Lage in Thailand ein zu großes Risiko sind. Das war natürlich ein großer Schock für viele und hat das Vertrauen in alle Covid-19-Versicherungen, auch von anderen Anbietern, stark untergraben. Weshalb Krankenhäuser befürchten, dass sie letztendlich vielleicht nicht ihr Geld bekommen, wenn sie eine solche Covid-19-Versicherung von einem Patienten akzeptieren. Was wohl auch der Fall war bei der Bekannten von meiner Lebensgefährtin. Zur Info hier, ist auch noch wichtig zu wissen, letztes Jahr 2020, als die Covid-19-Zahlen noch gering in Thailand waren, haben viele Versicherungen Covid-19-Versicherungen zu Sportpreisen von teilweise 500 Butt verkauft. Man wollte wohl schnell mit der Angst der Leute vor Covid viel Geld verdienen und damals schien dies wohl auch relativ risikoarm, weil die Zahlen ja sehr niedrig waren. Die haben sich aber extrem verkalkuliert, denn dieses Jahr sind die Zahlen in unerahnte Höhen gestiegen. Letztendlich bleibt diese Familie wohl auf mindestens 400.000 Butt Rechnung sitzen. Der Deutsche hat wohl eine Versicherung, wo er die Rechnung für sich geltend machen kann. Hier kann ich dann wirklich nur sagen, wenn man in Thailand sich für längere Zeit aufhalten will, sollte man in jedem Fall für sich und seine ganze Familie eine adäquate und gute Krankenversicherung haben. Ansonsten kann man im Falle von Krankheit oder Verletzung schnell in große finanzielle Nöte kommen. Eine weitere besorgniserregende Covid-19-Geschichte habe ich von einem Deutschen, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt, gehört. Er erzählte, dass der Gärtner von seiner thailischen Freundin sich mit Covid-19 infizierte, also positiv getestet wurde. Aber er erst mal keine Symptome hatte. Er kam dann in ein Feldlazarett zur Quarantäne, wo er ein paar Tage später schwere Atem- und Brustbeschwerden bekam und dann starb. Dieser Deutsche war wirklich überrascht darüber, weil der Gärtner verhältnismäßig jung noch war, also in seinen 40ern. Hatte keine anderen Erkrankungen, war nicht übergewichtig und war sogar sportlich. Noch eine weitere Geschichte, und zwar von einem Vater der Tochter einer thailischen Dame, die ich in Bangkok kenne. Er ist Anfang 50 und infizierte sich auch mit Covid, ist schon einige Monate her, als die Fallzahlen wesentlich niedriger waren als jetzt waren. Er hatte aber schon damals Probleme, ein Krankenhausbezüge zu finden, obwohl es am Geld bei ihm sicher nicht gefällt hat. Als er ihn dann endlich ein Krankenhaus aufgenommen hatte, waren die Symptome schon so schwer, dass er sofort in die Intensivstation angewiesen wurde. Er ist dann zum Glück wieder genesen, brauchte aber auch längere Zeit, sich wieder zu erholen. Es war auch eine Überraschung für alle, denn er war eigentlich sportlich, hat gejoggt und war seit vielen Jahren kein Raucher mehr. Die Ärzte meinten dann aber, dass Covid-19 auch für ehemalige Raucher gefährlich sein kann und dass diese eher dazu neigen, einen kritischen Verlauf zu haben. Kürzlich erzählte uns noch die Mutter von den beiden Zwillingstochtern, A und B, dass zwei Leute bei ihnen in der Nachbarschaft an Covid gestorben sind. Der eine in seinen 30ern und der andere Anfang 40. Der Anfang 40-Jährige wurde vom Krankenhaus abgelehnt und es hieß, er solle sich erst einmal zu Hause auskurieren. Als dann die Symptome aber so schlimm waren, dass er dringend Hilfe brauchte und er wieder ins Krankenhaus ging, war es leider schon zu spät und die konnten ihm nicht mehr helfen, er starb. So, jetzt die letzte und auch die aktuellste Geschichte, die ist von einer Familie, die wir auch in Bangkok kennen. Wir haben gerade gestern davon gehört. Das ist eine Familie mit zwei Kindern. Alle vier haben sich mit Covid infiziert. Es kam bei der Quarantäne in Bolilam, wo sie von Bangkok aus mit ihrem Auto hinfuhren, heraus. Übrigens waren sie zusammen mit anderen auf dem Gelände eines Tempels zur Quarantäne in Zelten untergebracht. Der jüngste Sohn, zwei Jahre alt, entwickelte als erstes Symptome, vor allem halt hohes Fieber. Darauf wollten sie ihn von einem Arzt untersuchen lassen, was aber abgelehnt wurde. Erst als sie mit ihm in die Notaufnahme eines Krankenhauses im Bolilam gingen, wurde er aufgenommen und getestet und er hatte tatsächlich Covid. Er hatte drei Tage Symptome und die Infektion hat sich schon in die Lunge herunter ausgebreitet. Im Krankenhaus wurde er dann zusammen mit seiner Mutter, die inzwischen auch Symptome wie Fieber, Kopfweh und Halsschmerzen hatte, aufgenommen. Der Vater und der andere Sohn wurden aber wieder zurück in die Quarantäne in den Tempel geschickt und sollen erst einmal warten. Wo sie eigentlich auch dieselben Symptome wie die Mutter schon entwickelt haben. Diese Geschichte passiert im Moment. Sie sind im Moment krank. Und jetzt haben wir gerade eben gehört, dass die Mutter von diesen Zweijährigen jetzt auch schwere Atemprobleme jetzt zur Nacht entwickelt hat. Dann haben wir überprüft, haben wir die Lunge angeschaut. Die ist jetzt auch schon befallen. Und jetzt musste sie getrennt werden von ihrem Zweijährigen Sohn, um weiter behandelt zu werden. Was natürlich jetzt auch wirklich eine sehr, sehr unschöne und traurige Situation ist. Tragisch für das Zweijährige Kind, das dann alleine ist, also ohne Eltern. Die Mutter muss getrennt von ihrem Kind sein und hat starke Beschwerden. Und der Vater und der andere Sohn sind immer noch in dem Tempel und warten, bis sie endlich mal einen Covid-19-Test machen dürfen. Und dann auch in das Krankenhaus aufgenommen werden. Die haben auch schon beide Symptome, wie gesagt. Das ist ja auch vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis der Vater dann auch solche Symptome wie seine Frau entwickelt. Hier ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass es wirklich viele Leute gibt, viele junge Leute, also auch gibt 30, 40, die stärkere Atemschwerden entwickeln. Und wo es dann auch in die Lunge runtergeht. Also allein wir kennen jetzt schon mehrere. Es scheint vielleicht in dieser Delta-Variante zu liegen. Bin mir nicht sicher. Aber es wundert uns wirklich sehr, dass bei so vielen jungen Leuten, relativ jungen Leuten, die Entzündungen in die Lunge runtergehen. Eigentlich hätte ich noch viele weitere Covid-19-Geschichten von Leuten, die ich hier kenne oder von denen ich gehört habe. Aber ich denke, für dieses Video reicht es erst einmal. Dieses Video ist hoffentlich auch für viele, die komplett anzweifeln, dass es Covid überhaupt gibt. Eine Info, dass es diese Krankheit schon gibt. Und Leute auch daran erkranken, teilweise auch schwer. Ich war ja am Anfang von der Corona-Krise auch sehr skeptisch, bin immer skeptisch und immer kritisch. Aber nachdem ich nach und nach immer mehr Leute kannte oder von Leuten in meinem Bekanntenkreis gehört habe, die es haben, zuerst vor allem in Deutschland letztes Jahr und dieses Jahr dann mehr und mehr auch in Thailand, ist mir klar geworden, dass es diese Krankheit ganz sicher gibt und diese auch sicher nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Denn es gibt schon viele Leute, die ernsthaft daran erkranken. Wenn jemand von euch Covid-19-Erfahrungsberichte von Leuten, die ihr hier in Thailand kennt, hat, wäre es spitze, wenn ihr diese mit uns in den Kommentaren teilt. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt oder etwas hinzufügen wollt, bitte in die Kommentare unter das Video schreiben. Wenn das Video für euch informativ war, bitte Daumen hoch klicken. Vielen Dank. Bald werde ich weitere interessante Videos über Thailand auf meinem MaiThai24-Kanal haben. Deshalb bitte abonniert meinen Kanal, um sicherzustellen, dass ihr diese nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.